Sail Out Magazin bei Pearl TV, liebe Zuschauer, das bedeutet, Sie sparen heute wirklich viel Geld. Wir haben drei verschiedene Staubsauger und ich bin wirklich begeistert. Wir haben eine erste Variante mit Kabel, sieben Meter lang unseren Kabel. Das ist wirklich wahnsinnig, super bequem, alles pico better zu Hause zu machen. Und dann haben wir noch zwei Modelle. Ich bin wirklich begeistert, sogar mit Wishmodi. Ich bin wirklich begeistert und wir fangen an mit unserem ersten Modell. Das ist unser Staubsauger 2 in 1 mit Zyklon. Also das bedeutet ohne Beutel, richtig? Ja, es ist einer der großen Vorteile bei Zyklontechnologie. Ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen hier. Das ist das erste Stück, was wir haben. Sie sehen schon, wir haben also keinen Schlauch dran, wir haben keinen Zyklon. Hat so im Durchschnitt so 10, 12. Der ist sogar mindestens genauso stark. Dazu natürlich super leicht. Wie funktioniert das hier? Du hast es schon gesagt, ein sieben Meter langes Kabel. Ich kann mich wirklich hier ausreichend bewegen. Normale Staubsauger haben so vier, fünf Meter. Sie werden diese zwei extra Meter wirklich zu schätzen wissen. Es ist immer dasselbe. Bis in die letzte Ecke kommt man gut, aber die letzte Ecke, da muss man wieder den Stecker umstecken. Hier hat man etwas mehr Freiheit. So, jetzt können Sie hier saugen, ganz normal. Und das wird dann alles hier in diesem Zyklonbeutel gesammelt. Und ich zeige Ihnen mal, was mir eben vor der Sendung passiert ist. Wir hatten den natürlich präpariert davor. Habe ich nicht dran gedacht. Und dachte ich, ach, wie geht das denn auf? Das wird dann übrigens genauso über den Mülleimer entsorgt. Und schon fällt der kleine Papierkügelchen. Und dann kann ich hier den ganz einfach nehmen. Wow. Ruckzuck. Guck mal, wie stark ist er. Das ist aber Wahnsinn. Wir haben hier auch noch zwei verschiedene Stufen natürlich, wie Sie das von Ihrem Staubsauger auch kennen. Hartböden oder Teppiche. Das Tolle hier ist, dass der so leichtes Siebenmeter Kabel hat und dass wir keine Staubsaugerbeutel brauchen. Natürlich noch die enorme Saugleistung. Das ist die eine Funktion davon. Aber jetzt, passen Sie mal auf. Wenn ich das vordere abmache, ziehe das hier mal eben raus, dann habe ich noch Aufsätze dazu. Wir haben drei Aufsätze. Und kann das zum Handstaubsauger machen. Und das alles für unseren Preis. Dann Handstaubsauger, aber eben nicht mit Akku, sondern hier mit Strom. Durch haben wir natürlich auch die entsprechende Saugleistung. Kann ich jetzt hier bei mir mal im Saug. Klappt das auch? Sie machen nur sauber. Und das geht so einfach mit unserem Staubsauger. Ich bin wirklich begeistert. Super Saugleistung. Und das ist alles ideal für Allergiker, weil ich weiß, dass wir hier HEPA-Filter haben. Ganz wichtig. Das ist auch super, super wichtig. Und ohne Beutel, drei Aufsätze. Sie machen alles picobelle zu Hause. Wahrscheinlich auch im Auto. Mit diesem Kabel kannst du zum Auto auch laufen. Zum Beispiel jetzt auch so Sofa. Wir glaube, wir snacken alle jetzt abends. Ja, eben halt für die Sachen zwischendurch. Und Sofa ist eine gute Sache. Sagen Sie mal, Ihr Sofa hat hier oben so auch natürlich so eine Lehne dran. Mit einem normalen Staubsauger ist das so, oh Gott, da muss ich mich tierisch würsten. Hier haben wir noch so einen Bürstenaufsatz dran. Kratzer hinterlasse. Am Bett haben wir so ein Headboard, heißt das. Also so ein Kissen, wo man sich anlehnen kann. Das ist ganz schwierig, sauber zu machen. Mit einem Lappen reibst du den Staub nur rein. Mit einem Staubwedel kriegst du nicht alles. Außerdem fällt der ganze Staub ins Bett. Das will ja auch keiner. Dafür ist dieser Bürstenaufsatz eben ideal. Da kommt man überall hin. Ganz, ganz schonend. Ich bin absolut begeistert. Und wir haben einen Preis, den ich so noch nicht gesehen habe. Wir haben den zu normalen Preisen. Dachte ich schon, wow. 40 Euro, das ist wirklich Wahnsinn. Sie müssen wirklich schnell sein, weil das ist ein super Angebot. Ich habe hier wieder ausgeleert. Ist mir ein kleines Malheur passiert. Gar kein Problem. Ist alles weg. Wahnsinn. Unglaubliche Saugleistung für nicht mal 40 Euro. Mit Handstaubsauger-Funktion. Ein super Deal. Also wirklich viel besser als jeder andere Staubsauger, wo man immer so etwas hinter sich herziehen muss. Das nervt einfach nur. Gerade wenn man mal oben irgendwas machen will, kann man hier eben auch ganz einfach mal nach oben gehen. Hier in der Höhe kann man es noch verstellen. Das ist Wahnsinn. Ich habe hier einen kurzen Staubsauger. Alles, was Sie brauchen mit unserem Bestellnummer ZX 63 37 50 569. Nochmal, Sie zahlen 39,99 Euro für unseren 2-in-1-Zyklon-Staubsauger. Ich bin wirklich begeistert. 7 Meter Kabel, das ist wirklich sehr, sehr lang, dass Sie kriegen jede Ecke zu Hause. Aber natürlich für jeder, wer braucht kein Kabel, wer will einfach wirklich so unabhängig von Kabel sein, das haben wir unseren zweiten Mobil in dieser Sendung. 2-in-1-Aku-Zyklon-Staubsauger und auch für einen super, wunderschönen Preis. Ja, es ist wirklich ein irrer Preis. Wir haben den Preis um 100 Euro runtergenommen von Pearl.de für diese Sale-out-Sendung. Ich liebe diese Sale-out-Sendung, weil man da wirklich mal richtig zuschlagen kann. Das sind Preise, die es sonst in keiner anderen Sendung gibt. Da ist das gute Stück. Und ich gehe auch hier mal eben hin. Das ist der Akku-Zyklon-Staubsauger. Sieht so schön aus. Wow. Sieht wunderschön aus. Der ist mit Akku. Das heißt, Sie haben jetzt hier überhaupt kein Kabel mehr dran. Gleiche Technologie. Auch hier haben wir diesen Zyklon-Staubsauger. Das heißt, hier sammelt sich der Ganze hier. In drei verschiedenen Stufen. Manchmal hat man was Empfindlicheres. Ich weiß, so ein Badvorleger bei mir. Für Akku-Zyklon-Staubsauger. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich kenne auch solche Staubsauger. Die kosten ab 600, 700, 800 Euro. Wir können das vergleichen. Das ist das Gleiche. Aber Sie zahlen heute nur 889 Euro. Nein, nein, nein. 189. Du hast 800 gesagt. Entschuldigung. Natürlich 100. Alles, was Sie brauchen in unserem Staubsauger. Ich bin wirklich begeistert, Ingo. Das ist wirklich Wahnsinn. Ein Handstaubsauger mit so viel Kilopascal habe ich noch nicht gesehen. Sie kennen Handstaubsauger. Das sind immer solche. Ja, die sehen genauso aus. Machen aber immer nur ihre Aufsätze aufsetzen. Genauso einfach natürlich auch wieder zusammenzusetzen. Klick, fertig. Ich zeige Ihnen mal die Bürste vorne. Das finde ich nämlich ganz interessant. Wir haben auch so ein flauschiges Sofa. Super gemütlich. Aber wenn man dann mal Chips isst, Flips, Nüsse, so diese kleinen Krümel, Kekse, egal was. Es ist unglaublich schwierig, das wieder aufzusaugen. Diese Bürste. Inzwischen natürlich auch ein Zyklon-Staubsauger. Aber als wir da eingeholt auch. Natürlich mit Beutel. Ja, ja, ja. Aber hier, wir haben genauso viel Saugleistung. Ja, unglaubliche Saugleistung. Natürlich und klein, kompakt, wirklich super einfach. Das ist auch gut, weil beim Saugen, beim Saubermachen, natürlich, das wird auch schwitzen, weil das auch sehr, sehr schwer. Gerade bei den Vettern, ne? Sie haben kein Gewicht. Ja, du hast überhaupt kein Gewicht hier. Ein Finger, mit einem Finger hebe ich den hier hoch. Das ist die Faszination hier, Sie wieder reinstecken. Hier ganz einfach reinhängen. Sie brauchen kein Kabel zu prökeln. Kann ich wirklich nur empfehlen, hier vorne auf dem Display, können Sie auch sehen, das ist übrigens sehr, sehr cool gemacht, den Akkustand und eben welche Saugleistung Sie anhaben. Ich mache den mal an, dann kann man das auch sehen. Das ist wirklich Staubsauger. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Sie kriegen das alles. Und ich habe früher gesagt, 800, ja, weil normalerweise das kostet so viel, aber heute, Sie zahlen nur 189,99 Euro. Mit Bestellnummer sage ich, ZX 6175 und die 5,69. Ich bin wirklich begeistert. Das ist unser Sale-Out-Magazin. Das bedeutet, Sie müssen wirklich schnell sein, weil solche Preise haben wir normalerweise nicht. Du weißt, das ist unser Spitzenmodell. Aber we can do it better. Und wir haben noch einen 2-in-1-Akuzyklon-Staubsauger mit Wischaufsatz. Ich finde, das ist wirklich toll, weil für mich immer, wenn ich Staubsauger, dann müsste ich natürlich ein bisschen wischen, dann nehme ich meinen Eimer, dann schlappen und das ist wirklich, das nervig, das ist zu viel Arbeit. Hier, das geht alles dabei. Ich liebe diesen Aufsatz. Das ist wirklich sehr, was es so an Technik gibt. Das ist der Wischaufsatz. Was Sie jetzt bekommen, ist das Paket aus diesem Akku-Staubsauger, Zyklon-Staubsauger mit diesem Wischaufsatz. Und ich finde das wirklich genial. Sie kriegen den Staubsauger, den Akku-Zyklon-Staubsauger, hier, mit Haltestation. Nochmal, die Haltestation ist ein großer, großer Vorteil, wo Sie den einfach nur reinhängen. Der ist immer bereit. An der Haltestation können Sie sogar noch die Aufsätze, Fugenaufsätze und sowas dran machen. Plus diesen Wischaufsatz. Einfach an Ihren Staubsauger ran machen. Ich mache das hier mal eben. Dann nehmen Sie einfach den normalen Saugaufsatz ab. So kinderleicht, das zu machen. Und dann hier eben das umzuwandeln in diesen Wischaufsatz. Ich mache es jetzt noch mal ab. Das gefällt mir, dass wir nicht zwei Geräte haben. Wir haben wirklich zwei in eins. Das bedeutet, Sie sparen immer noch Platz, Sie sparen immer noch Zeit und Sie sparen immer noch Geld. Weil wir haben einen super Preis für Sie. 63,30 und Sie 5,6,9. Ich bin wirklich begeistert. Guck mal, wie sieht das alles aus. Ist das nicht klasse? Der dreht sich von ganz alleine, poliert, wischt. Bittet der einfach rüber. Es ist einfach fantastisch. Nutzen Sie Gelegenheit. Die Preise wie hier im Sale Out haben wir sonst in keiner einzigen Sendung. Ihre Gelegenheit rufen Sie jetzt an. Viel Spaß.